Rückenbauern und Barrieren beseitigen. Mein Name ist Erdin und heute Abend, hoffentlich treffen wir uns um 9.10 Uhr, ein weiterer Livestream. Der letzte Livestream letzten Sonntag um 19 Uhr war mega genial, gab sogar Zuschauer und Zuschauerinnen. Meine Themenvorschläge heute sind das Blindenfahrzeug, also nicht der Roller, den ich euch mal gezeigt habe, sondern das Blindenfahrzeug. Und vielleicht reden wir noch ein bisschen über die Blindenfußball-EM so ein bisschen. Das heißt, warum ist das noch so unbekannt in Deutschland, was könnte man dagegen machen, was haltet ihr davon? Sport allgemein und natürlich all eure Fragen, die ihr so habt, zu meiner Person oder zu weiteren Videos, die kommen und, und, und. Lasst uns also quasi einen netten Stammtisch heute Abend haben um 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Ich warte auf euch. Bis dann! Ach ja, diesmal habe ich mich sogar besser vorbereitet.